Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin und Blockchain Serie. Heute wollen wir uns angucken, was ein Deterministik bzw. ein Seeded Wallet ist und warum das eigentlich gut ist. Wir haben das letzte Mal die Non-Deterministik Wallets oder Random Wallets kennengelernt und die hatten das große Problem, dass ihre Backups einfach total unpraktisch waren, wenn man jeden Key wirklich speichern musste. Jetzt gibt es allerdings natürlich die Möglichkeit hier einen Seeded Wallet zu erstellen und das funktioniert relativ simpel. Zunächst einmal braucht man einen Seed. Was ist ein Seed? Ein Seed ist eine Entropiequelle. Das bedeutet, man hat da einen Zufall, ein möglichst echter Zufall. Das heißt nicht einfach die Uhrzeit oder sowas nehmen, sondern wirklich einen Zufall, der aus möglichst vielen Parametern generiert wird. Also zum Beispiel der Nutzer tippt irgendwas Randommäßiges auf der Tastatur ein oder bewegt die Maus oder sowas. So wird meistens ein Seed generiert. Okay, manche sind auch wirklich sehr, sehr engagiert und nehmen irgendwie kosmische Strahlung oder sowas. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Also total abgefahrene Sachen, die man da verwenden kann. Also wirklich irgendwas, was man nicht wieder zurückrechnen kann. Das ist ganz wichtig bei einem Seed. Das ist wirklich eure Zufallsquelle. Und hier solltet ihr, wenn ihr selber das Ganze schreibt, niemals irgendwie die Zufallsquelle von eurem Betriebssystem, zumindest nicht die Standard-Zufallsquelle benutzen, sondern da gibt es meistens irgendwelche Krypto-Bibliotheken, haben wir uns teilweise auch schon angeguckt, die euch dann einen guten Seed mitliefern. Dann wird dieser Seed gehasht, denn der Seed ist normalerweise zu kurz. Aber nach dem Hashen hat man eigentlich natürlich die Schlüssellänge. Das heißt, man schaut, dass man eben hier zum Beispiel J, keine Ahnung, 206 oder 512 oder sowas hat und dann schneidet man halt die hinteren Bits ab, die man nicht braucht, wenn der Key kürzer sein soll oder sowas. Also je nachdem, was für eine Kryptowährung man hier natürlich hat. Genau. Und dann haben wir hier aus dem Seed einen Schlüsselberechen. Das ist unser erster Secret Key. So, das heißt aber, wenn wir jetzt diesen Key erstellen, dann ist das deterministisch. Das heißt, wenn wir den Seed haben, können wir immer mit derselben Hasht-Funktion den selben Schlüssel wiederherstellen. Das heißt, was wir hier uns speichern müssen für den Schlüssel, ist erstmal nur der Seed. Und der Seed ist kürzer als der Schlüssel. Das ist sehr, sehr praktisch. Und jetzt können wir aber noch mehr machen. Und zwar, wir können den Private Key, also den ersten Schlüssel, K1 hier, können wir einfach wieder hashen. Denn wir wissen absolut, wenn wir den Hash-Wert haben, können wir nicht wieder auf den Schlüssel zurückrechnen. Das heißt, selbst wenn jetzt K2 irgendwie öffentlich wird, K1 ist trotzdem immer noch safe. Denn, ja, wie gesagt, Hash-Funktionen und ihre Eigenschaften solltet ihr vielleicht euch mal angeguckt haben. Okay, dann können wir das natürlich so oft machen, wie wir wollen. Das heißt, wir können hier einfach beliebig viele Schlüssel erstellen, indem wir einfach immer den vorigen Schlüssel einfach hashen. Und den Hash-Wert nehmen wir als neuen Schlüssel. Und das ist sozusagen der Trick bei Seeded-Wallets. Ihr nehmt einfach jeden Schlüssel und hasht den. Ups, sorry, ich bin gerade ans Mikro gekommen. Und was ihr jetzt backupen müsst, ist tatsächlich nur noch der Seed. Alles andere ist völlig in Ordnung. Alles andere könnt ihr nämlich wieder aus dem Seed berechnen. Denn Seed, hashen, dann wieder hashen, wieder hashen und wieder hashen liefert euch zum Beispiel den vierten Schlüssel. Und das heißt, was ihr jetzt backupen müsst, ist ungefähr ein paar Byte groß. Das heißt, das kann man sich definitiv erlauben. Allerdings ist das Ganze immer noch nicht perfekt. Denn wenn wir jetzt, sagen wir mal, Schlüssel 1.256.312 berechnen wollen, dann müssen wir verdammt oft die Hash-Funktion anwenden. Und das kann Leistung ziehen, zumindest auf Dauer. Das heißt, wenn ihr den Seed wieder, oder wenn ihr euren Wallet wieder, das Backup vom Wallet wieder einspielen wollt, dann kann es eine ganze Weile dauern. Denn jeder von diesen Schlüsseln muss natürlich auch durch die Blockchain durchlaufen. Und wir müssen erstmal natürlich die ganzen Schlüssel wieder generieren. Und das kann schon seine Zeit in Anspruch nehmen. Aber es ist auf jeden Fall eine Option und eine ziemlich gute dazu noch. Und ja, ich glaube, Seeded Wallets sind auf jeden Fall mal ein Anfang. Wir werden uns nächstes Mal noch angucken, wie man das Ganze noch besser machen kann. Und das ist dann auch wirklich, glaube ich, einer der Standards, die heutzutage noch am weitesten verbreitet sind. Okay, das war es von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.